Ja, moin moin zusammen und herzlich willkommen zu einer nächsten Prognose zum Abstiegs-Duell VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV und natürlich nicht allein mit dabei ist der Tobi, Tagchen! Ja, und wie immer gibt's heute eine Prognose natürlich wieder mit den Highlights und ja, für uns beide ein sehr emotionales Duell auch. Tatsächlich, ja. Denn es geht für beide Teams hier um den Klassenerhalt und ja, also ich sag mal so, wer dieses Spiel gewinnt, hat auf jeden Fall extrem gute Karten. Äh, was den Aufstieg anbetrifft, äh, den Aufstieg, sag ich schon, den Klassenerhalt anbetrifft. So, was den Aufstieg in die siebte Liga dann betrifft. Eben, eben. In ein paar Jahren vielleicht, ja. Aber von dem her, ähm, ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, komm mal, komm mal, komm mal, Nikolai. Nikolai mit Isla Sokka, boah! Ulle. Der hat aber kurz reingejumpt, Alter, ey. Der hat mal kurz den Testegen gemacht, den Marc-André. Boah, das war aber stark gehalten, ne? Das war echt stark gehalten, von der Farbe. Ja gut, ich hab Baumgart mit einer 62 da hinten drin. Also diesmal haben wir auch, äh, geguckt, dass wir die, ähm, die, die Aufstellung von dem letzten Spieltag genommen haben. Genau, also die Aufstellung müsste jetzt größtenteils passen. Ja. Gab nämlich keine Gesperrten, keine Verletzten auf beiden Seiten, nicht, soweit ich weiß. Nö. Ich hab einfach mal die gleiche Aufstellung genommen wie gegen, ähm, Freiburg und Tim wie gegen Mainz, ne? Ja, genau. Genau. Oh, oh, oh. Ah, guck mal, ich spiel genau. Da kommt die Flanke! Ah, Kostic natürlich wieder ein Dreh- und Angelpunkt in dieser Partie, schön gespielt von Didavi auf jeden Fall. Es kommt Heiko nicht nachher. Heiko. Ah, er macht halt den typischen Heiko. Kostic, Kostic! Ah, da hat er Bock. Also der Kostic die letzten Wochen, der hat echt Bock, da. Oh, Serie D jetzt mit der Flanke nach hinten, aber da steht, nee, 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 da steht keiner. Oh, da sind die sich mal kurz nicht einig gewesen. Interessant. Räumt der Renni sich mal kurz alle um. Ah, und das war auch mal wieder ein sehr interessantes Passspiel. Oh, jetzt ein klasse Ball auf Ginzegg. Leckt das bei dir auch gerade? Einen Ticken, ja. Gut, ich bin wenigstens nicht alleine. Oh, Ginzegg, Ginzegg, das muss es sein. Ah, das gibt es doch nicht, ja. Und wieder Renni am Start. Jetzt müssen die Hamburger auch noch langsamer einen Angriff nach vorne durchbringen. Da ist Kaccia. Golko Kaccia. Oh. Kaccia. Da ist die Flacke auf Luis. Olpi. Oh. Ja, der kommt gerade irgendwie nicht nach vorne und dann ist es vorbei. Ah. Halbzeit. Also Stuttgart gerade eher am 1-0. Ja. Als der HSV. Das ist tatsächlich so. Kurz rein, ja. Aber trotzdem sehr ausgeglichenes. Ja. Sehr ausgeglichenes Spiel auf jeden Fall. Und ja. Von Harnik sehe ich leider extrem wenig. Dementsprechend wird er jetzt mal kurz ausgewechselt. Genauso wie die Davi gefällt mir auch noch nicht wirklich. Bring jetzt mal Maxim rein. Also zwei Auswechslungen auf jeden Fall schon mal gemacht. Vielleicht nachher nochmal ein bisschen Stabilität in der Hintermannschaft bringen, indem man vielleicht Baumgartel rausnimmt. Aber das gucken wir dann mal. Also das gucken wir mal. Ich gehe erstmal ohne Wechsel hier in die zweite Hälfte. Mal gucken. Mal gucken, wie das... Dass wir gut stehen. Ein Punkt wäre für beide eher suboptimal. Oh, das wäre... Oh, das gibt es nicht. Genial, klar. Dass der Ball durchkam, war schon sehr lucky, ja. Aber... Serie, die gefällt mir jetzt auch in den letzten Tagen auch wirklich sehr, sehr gut. Hat sich auch gemausert, ne? Zum Anfang dachten schon einige... Mensch, was... Oh, wo habt ihr den denn her? Das geht auf. Was macht der denn? Oh... Da wollte er sich den mit dem Kopf anscheinend noch irgendwie ein bisschen vorlegen oder sowas. Aber er kriegt die zweite Chance. Skinzekt. Oh, nein. Hat gesehen, da ist der Reni ein bisschen weit draußen. Hat er gesehen? Hat er gerochen? Ja, ich wollte den eigentlich anders bringen, aber... Hat sich nichts mehr ausgemacht, leider. Der war schneller als der Ball. Und dementsprechend natürlich auch den Ball nicht mitbekommen. Aber holt sich den dafür hier wieder. Jetzt vielleicht mal Maxim. Ja, ja. Auch Serie... Die, Mann, das gibt es doch nicht. Ah, der hat heute seine Topform erwischt. So gut hat er die ganze Saison wahrscheinlich noch nicht gespielt. So gut, ja. Heute das Ding rausholt. Interessante Variante hier vom VfB. Kostetsch. Mein Gott. Der war nicht schlecht. Hamburg kommt gerade gar nicht raus. Nee, also das ist gerade echt... Jetzt vielleicht mal... Wieder viel Platz dafür im VfB. Da ist auch gerade so... Ja, da ist Maxim zu unentschlossen. Fuß ist da immer noch gerade so zwischen. Oh, wieder Adler. Wieder genau gleich die Situation. Nein, das gibt es doch nicht. Ach, die Adler. Oh, Mann, 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 ey. Das ist doch nicht normal. Da hat er mal wieder einen rausgehauen. Ja. Jetzt vielleicht noch über Werner. Bringt die Flanke nach hinten. Da ist Maxim. Ach, Giroud auch am Start. Also hier wäre jetzt alles andere als ein 1-0 nicht gerechtfertigt. Er ist halt über seinen Zenit hinaus. Das ist so ein bisschen das Problem von Raphael. Und da ist Beister. Ja, alles klar. Holtby. Holtby. Oh, guck mal. Jetzt kommt der ASV wieder. Jetzt kommt der ASV wieder. Ah, Lasogger. Holtby. Oh, da wäre der Ball noch mal fast durchgekommen. Zu Lasogger. Da ist Lasogger. Überholtby, der ASOGA. Oh, war wohl reich. Nee, nee. Ja, und das Spiel geht 0-0 los. Schauen wir mal zum Schluss. Da hat der ASOGA ist auf dem Fuß. Ja, ähm. Ja, trennen wir uns mit 0-0. Das war praktisch Stuttgart gegen Adler. Ja, genau. Hätten sie heute den Adler nicht in der Topform gehabt, dann wäre der Tief in Stuttgart deutlich ausgegangen. Unglücklich für Stuttgart, sehr, sehr glücklich für, ähm, für, für den ASV. Ja, man sieht es auch hier, also Stuttgart schon die klar überlegene Mannschaft. Gerade in der zweiten Halbzeit, nochmal eine Schippe draufgelegt beim VfB. Also man kann auch nicht sagen, dass Stuttgart so unkonsequent war, aber es war einfach Adler, der die Dinger gehalten hat, da machst du halt auch nichts. Ja, jetzt natürlich wieder die Frage, was sagen wir, was das Ergebnis ist. Also, ich denke, was schon mal klar ist, ist, dass jeder hofft, dass seine Mannschaft gewinnt. Da von, da gehen wir jetzt einfach mal von aus, ne? Also klar, also das ist, jetzt bei dem Spiel natürlich was ganz Besonderes, aber haben wir das heute auch gemacht. Ja. Sicherlich interessantere, beziehungsweise bessere Partien. Ja, wobei das schon auch, ähm, gerade für Stuttgart und Hamburg, die ja sich eigentlich seit Jahren da drin betteln, wer schlechter im Abstiegskampf da steht. Ich wollte gerade sagen, wer schlechter ist. Ähm, ist das eine sehr spannende Partie, wie ich finde, weil es, glaube ich, für einen dieses Jahr Tschüss heißt. Ja, leider, vielleicht sogar für beide, man weiß es noch nicht. Ja, das ist natürlich auch eine Option, aber wir sollten das Ganze jetzt vielleicht auch nochmal kurz so aus einem, ähm, aus einer objektiven Sicht betrachten. Also Hamburg unter Labbadia, ähm, beziehungsweise sag du mal deine Meinung über Hamburg, ich glaube, das macht, äh, dann doch noch ein bisschen mehr Sinn. Also ich muss jetzt sagen, sie haben die, von den letzten vier Spielen drei Spiele gut gespielt, jetzt das letzte Spiel gegen Freiburg haben sie einfach mal wieder den alten HSV raushängen lassen. Ja. Hatten wir ein bisschen Glück, dass wir gegen Freiburg gespielt haben in dem Moment, ähm, und dass wir Katscha haben, weil ich glaube, der ist aktuell so ziemlich der Einzige, der, wenn man zurückblickt, noch Bock hat auf das Spiel. Also ich glaube, wenn der HSV so spielt, wie gegen Freiburg, und ich hoffe mal, dass sie besser spielen, also wenn der HSV einen Ticken besser spielt als gegen Freiburg und der VfB in der Form bleibt, dann wird der HSV trotzdem wenig Chancen haben, äh, ich muss es leider so sagen, weil vom, von den vier, fünf Mannschaften, die jetzt noch um den Abstieg da unten drin stehen, vielleicht sind es ja sogar noch sechs, man weiß es nicht, finde ich, hat tendenziell die besten Chancen der VfB, auch wenn sie aktuell tendenziell von der Tabelle her rechnerisch die nicht so guten Chancen haben, aber ich würde beinahe sagen, das wird auch ein knappes Spiel, so wie hier. Ja, das auf jeden Fall. Das Spiel, ich denke mal, das Spiel wird sich so abzeichnen wie hier, bloß, dass halt, äh, ein, zweimal das Ding dann beim HSV reinfällt und hier nicht der Renni hält. Ich schätze mal, dass der Spielverlauf wird ähnlich sein, bloß, dass, äh, der VfB halt mal ein, zwei Tore macht. Ich wünsche mir einen Sieg für den HSV, sage aber einen 2-1 für Stuttgart. Ja, also, ähm, natürlich, wie vorhin schon erwähnt, ähm, jetzt hier zu sagen, man sieht ja einen kleinen Vorteil, ist eh schwierig, weil beide Mannschaften, für das, dass sie so weit, oder so tief, besser gesagt, in der Scheiße, so, so tief in der Scheiße drin stecken, ähm, ja, spielen sie doch eigentlich einen recht ordentlichen Fußball, wenn man die Saison mal, äh, komplett betrachtet. Natürlich kann man jetzt das Spielerische nicht mit den, mit der oberen Tabellenhälfte, Tabellenhälfte oder so vergleichen, das nicht. Aber, ähm, wie ich ja auch schon im letzten Video gegen Mainz gesagt hatte, Stuttgart ist auf jeden Fall, äh, da unten spielerisch auch meiner Meinung nach die beste Mannschaft. Ähm, gerade so auch, was die, äh, Konstante anbetrifft, also, wir hatten jetzt nicht wirklich große Spiele, wo wir mal Durchhänger hatten, sowie der HSV gegen Freiburg. Gegen, gegen Freiburg hat der HSV ja, äh, ja, ich möchte nicht sagen glücklich, aber es war dann doch so ein Last-Minute-Treffer von Katscha, der dann diesen Punkt dann im Endeffekt noch gerettet hat. Ja. Ähm, und ja, Stuttgart damals halt gegen Schalke unglücklich verloren, dann ein super Spiel gegen Mainz gemacht, also, das war wirklich starkes Spiel, gerade defensiv haben sie nahezu nichts zugelassen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich halt eine ganz große Angst, die dann noch so im Hinterkopf rumschwirrt. Ich meine, für die, die es nicht wissen, die alte Wirkungsstätte von dem jetzigen HSV-Trainer war der VfB. Der kennt die einen oder anderen Spieler. Ist natürlich da interessant zu sehen, ob er sich da vielleicht nochmal speziell drauf einstellt. Auf jeden Fall würde ich den HSV in dieser Partie auf gar keinen Fall abschreiben. Ähm, nur wenn man jetzt mal so die letzten Spiele vergleicht, äh, vom spielerischen her und wie sich die Mannschaft da so, äh, präsentiert hat, denke ich auch, dass Stuttgart hier aber wirklich nur minimal die besseren Chancen hat. Ähm, also wenn sie es, wenn sie nicht dumm spielen und defensiv so spielen wie gegen Mainz, äh, denke ich, ist das eine machbare Sache. Aber dennoch mit dem HSV immer zu rechnen, gerade mit Katscha. Ja. Den am besten in den ersten paar Minuten mal irgendwie kurz in die Kniekelle treten. Ja. Also, Tipp. Ja, unentschieden möchte ich nicht sagen. Haha. Ja, ich denke in 2 zu 1, 1 zu 0, sowas ist sehr realistisch. Ja. Denke ich auch. Genau. Gut, also, falls euch diese Prognose wieder gefallen hat, äh, würden wir uns natürlich über eine Bewertung freuen. Und, also, vielleicht noch ganz kurz zum Ende erwähnen, heute sollte eigentlich, äh, die Road to Glory kommen. Allerdings haben wir uns jetzt, äh, kurzfristig dafür entschieden, da es sichtlich wenig Sinn macht, wenn ich jetzt am Samstag, ähm, das Video gebracht hätte, so kurz vor dem Spiel, ähm, dass wir das jetzt schon mal am Donnerstag tun, damit ihr, äh, da auch euch noch ein bisschen drauf, äh, freuen könnt, auf das eigentliche Spiel dann und dann am Samstag. nach, die Road to Glory, nach einem hoffentlich erfolgreichen Tag für den VfB oder vielleicht auch für den HSV, dann anzugucken. Ja. Und, das war's dann und, ich würde sagen, haut da rein, bis denne, Tschüssigowski und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.